Blue Green Tycoon. Also es ist noch, wie man hier unten sieht, Alpha 007. Also es ist so, es ist eigentlich noch gar nichts. Aber es ist schon ziemlich cool. Also mir gefällt's. Für 2,49 kriegt man tatsächlich, man kriegt was für sein Geld. Wir gucken mal rein. New Game. Es gibt im Moment nur diese Szenario Robotsupplyer und das Tutorial. Das Tutorial würde ich kurz zeigen, weil man dann einfach sieht, wie das User Interface funktioniert und was es geht. Okay, ich zeig mal eben ganz kurz, was im Moment schon der Dinge ist. Also wir kommen zum Blue Green Tycoon. Ich bin ein Assistent und ich zeige dir, wie es funktioniert. Wir gucken rein. Es ist so ein bisschen wie SimCity ganz früh und mit ein bisschen Wirtschafts-Tycoon und so weiter. Das Erste, was wir brauchen, sind Häuser für Arbeiter. Die kann man einfach hier setzen und mit der R-Taste kann man das Ganze drehen. Ich baue die jetzt mal einfach so, wie der das hier auch gerne möchte. Ich glaube, so, warte mal, ich muss da mit einem freien sein. Dann muss das hier und dann da. So, zack. Und dann soll ich einen Marktplatz bauen, auf dem Sie sich was zu essen kaufen können. Was sind das für Zeppel? Das sind die, die versorgen Marktplatz und so weiter mit Sachen. Der hat jetzt hier zehn Essen reingebracht, damit wir auch tatsächlich was zu kaufen haben. Das Essen muss ich aber gleich produzieren. Den Marktplatz verbinde ich mit den Häusern, mit der Straße. Dann können diese Worker hier einfach hin und her laufen. Aber die brauchen auch was zum Beißen. Also bauen wir hier einen Vegetable Harvester. Blau ist es besonders gut. Man sieht schon, warum das erste Ding Blueprint-Tycoon heißt, weil es sind echt nur so Blaupausen. Mehr ist das nicht. Mehr ist man nicht zu sehen an Grafik oder sonst irgendwie, sondern es ist halt einfach, mehr ist es nicht. Dann sollen wir noch Routen einrichten. Also im Moment laufen die Arbeiter nur zum Markt, wohnen sich was zu essen und gehen wieder nach Hause. Und hier oben ist ein Harvester, der baut halt Gemüse an. Aber das Ganze müssen wir auch noch zum Markt bringen. Und das geht relativ einfach, wenn man hier unten auf Route geht und dann Route hier rüber zieht. Zack. Fertig. Das war es schon. Jetzt laufen hier Arbeiter rüber, bringen das, was sie hier oben abbauen. Hast du da oben nicht schon einen Weg? Ja, aber man muss dem, ja, es geht nur, ja, das ist die Straße, die benutzt wird. Aber man muss dem sagen, quasi verbinde das von der Idee her. Also lauf hier los und lauf da rüber. Dazu benutzt er dann die Straße. Das macht er nicht von alleine. Wenn wir nur die Straße bauen, passiert nichts. So, jetzt sollen wir noch eine Construction bauen. Also wir brauchen Material, um überhaupt irgendwas zu bauen nachher im Spiel, was wir verkaufen können, was uns Geld bringt. Dafür brauchen wir diese Construction Set. Das ist schon gebaut. Wir müssen dem Ganzen jetzt hier einfach nochmal einen Wood Harvester, also einen Holzernta hinbauen. Das geht hier wieder ganz einfach. Da unten Harvesters, Wood. Und den sollen wir, wie sollen wir den da hinsetzen, wie man das, äh, 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 die bauen das ungefähr so. Zack. Und auch das wieder mit Straßen verbinden, damit das überhaupt funktioniert. So, Harvester und Crafters require a blueprint to produce goods. Also die müssen überhaupt wissen, was sie tun sollen. Dazu klicken wir das ganze Ding mal an. Und sagen, New Blueprint. Äh, wir können hier das Fenster durch die Gegend schieben. Das sagt er uns jetzt gerade, typisch Tutorial halt. So, das ist der Blueprint Maker Window. Hier können wir jetzt sagen, wie überhaupt produziert werden soll. Also, auf der Seite sehen wir die Map. Und auf der linken Seite sehen wir die Arbeiter, die zur Verfügung sind und die möglichen Werkzeuge, die sind. Wir sollen jetzt sagen, wir fangen mit einem Harvester an. Das ist der grüne Arbeiter, hier unten zu sehen. Da der grüne Arbeiter. Und der soll quasi hier starten. Der soll hier gather, also ernten. Zack. Und, äh, habe ich ja schon gemacht. Select the gather action. Jawohl, gather. Select the blue worker. Der blue worker, der geht jetzt im Prinzip nicht anderes hin als startet hier. Grab, das, was der eine geerntet hat, nimmt der andere jetzt auf, läuft hier rüber und schmeißt es da raus. Das ist alles. Das ist noch eine ganz einfache Blueprint. Also, es ist noch nicht wirklich schwer zu kommen, äh, zu produzieren. Wir sagen einfach safe. Und fertig ist die Laube. Jetzt müssen wir nur wieder, wie auch hier oben schon, einfach nur sagen, das ist ja mit einer Straße verbunden. Also, ein Arbeiter holt das hier ab, was produziert würde und bringt es zum Construction. Und jetzt läuft da jemand, sobald was produziert ist, bringt er es hier rüber zum Construction. Das war's. Jetzt haben wir Material, mit dem wir arbeiten können. Die Arbeiter brauchen allerdings nicht nur was zu essen, sondern die brauchen auch Geld. Also müssen wir Verträge uns angucken. Hier ist im Moment nur ein Vertrag für Steine. Den können wir für 45 Steine verkaufen. Den nehmen wir jetzt mal. Ihr Delivery Building ist Tier 1, also noch Stufe 1, which means you can deliver up to 50 goods per day. Also 15 Stück pro Tag kann dieses Ding, unser Delivery Building, ausliefern. 15 mal 45, so viel Geld würden wir machen. Dazu brauchen wir aber erstmal überhaupt wieder einen Steineernter, also einen Stone Harvester. Und den sollen wir jetzt eben bauen. Auch das geht wieder hier unten. Harvesters. Das Feld habe ich wieder durch die Gegend schieben. Vorrang. Steine. Steine soll ich bauen. Machen wir wieder ganz einfach. Steine habe ich gebaut. Road verbindet das zum Storage. Und sagt halt einfach wieder, dass ich mit dem Arbeiter hier rüberlaufen möchte. Und fertig ist die Lauf. Jetzt bauen die hier Steine ab, bringen die zum Storage. Vom Storage kommen die zum Delivery. Und wenn sie da sind, werden sie ausgeliefert. Es gibt also Geld. You made some money. Always keep your close eyes on your contracts. Also immer schön die Aufträge beachten. Weil die bringen das Geld rein, die die Arbeiter am Ende wieder bezahlen. Fertig. Jetzt soll ich nochmal vier Häuser für Arbeiter bauen. Das machen wir hier oben. Wieder das gleiche Spiel in grün. Worker Buildings. Die kann ich wieder drehen. Kann ich sie drehen? Kann ich sie drehen? Kann ich sie drehen? Doch, ich kann sie drehen. Dann verklemmt es ein bisschen. Man merkt, dass es halt von einem Einzelnen programmiert wird. Und auch nur 2,59 Euro kostet. Und eben noch nicht wirklich weit ist. Damals. Zack. Zack. Mit Straßen mit zum Marktplatz verbinden. Und das Ganze rüberziehen. Fertig. Nächste Aufgabe ist, ich soll mehr Geld verdienen. Also nicht einfach nur Steine klopfen und verkaufen, sondern ich kann auch noch mehr an der ganzen Sache bauen. Ich kann nämlich hier zum Beispiel Iron Ore, Eisenerz, abbauen. Das kann ich in dem Feld, das hier so etwas hellblau, gehighlighted ist. Da soll ich einen hinsetzen. Machen wir auch. Machen wir keine große Geschichte draus. Auch hier geht wieder einfach mit dem nächsten Lager verbinden. Eine Route setzen. Zack. Fertig. So. Das ist das Ganze, wie es funktioniert. Man sieht, es ist eine total simple Grafik. Es erinnert so ein bisschen an Tablets und sonst irgendwie. Es geht schlussendlich eigentlich immer darum, auf der einen Seite seine Arbeiter mit Essen zu versorgen auf dem Marktplatz. Dafür habe ich dann hier oben die Harvester für Vegetables. Und auch Obst kommt nachher noch dazu, dass von den Wissenschaftlern gebraucht wird und so weiter. Und ich habe verschiedene Stellen, wo ich halt Sachen abbauen kann, wie Eisenerz, wie Stein. Die müssen immer in den nächsten Storage geliefert werden und vom Storage zum Delivery. Jetzt sieht man hier, das Storage ist hier oben, also das Lager ist da oben und da oben ist Delivery. Was auch geht, ich kann später hier in der Construction zum Beispiel Luftschiffe bauen. Die Luftschiffe transportieren dann halt auch da, wo keine Straße ist, von A nach B. Das kann ich hier über die Routen einrichten, hier in New Room. Kann dann sagen, bring das von da nach da und von da aus zu Fuß hier rüber und dann wird das da verkauft. Es gibt eine ganze Menge zu tun im Tutorial schon. Also man kann ja gut eine Stunde, zwei Zeit nehmen, um das Ganze mal anzugucken und auf das erste Szenario. Mehr ist es noch nicht. Allerdings ist es, glaube ich, bis Montag noch für 2,49 Euro zu haben. Und wer solche Spiele, solche Aufbauspiele tatsächlich sehr gerne mag, der sollte sich das mal etwas näher angucken. Ich habe da jetzt gerade erst mit angefangen. Mir gefällt das sehr gut. Ich habe, glaube ich, erst eine Stunde, anderthalb irgendwie investiert. Man muss nachher noch einige Dinge erfüllen, wie hier diese Teile, die man hier sieht. Die muss man auch extra bauen. Die erlauben einem wieder, seine Produktion, Upgrade zu verpassen und so weiter. Also es steckt schon wirklich einiges drin. Faszinierend finde ich, dass es wirklich so ein Ein-Mann-Projekt ist. Und das ist für so ein kleines Geld einfach zu gucken. Denn das ist, wie Early Access gehen sollte. Für kleines Geld früh reingucken, Feedback geben in der Community und sagen, das hakt noch. Oder das könnte ich mir noch vorstellen, die Idee habe ich, bring das oder das noch rein. So sollte Early Access sein. Und nicht, wie Atari das gemacht hat. Aber das war ja ein Thema, das wir schon gehabt haben. Also, das ist im Moment Blueprint-Fakun bei Steam, 2,49 Euro. Ansonsten, ich glaube, ab Montag dann wieder 2,99 Euro. Also nochmal 50 Cent teurer. Das ist ein Mega-Deal, den man im Moment mal kriegen kann. Das sollte man sich auf jeden Fall auf die Liste packen. Wenn man Spaß daran hat, dass Spielen nicht riesige Grafik bedeuten soll, sondern einfach manchmal auch nur um die Mechanik geht. Es hat also viele Brettspieleigenschaften. Manchmal reichen ja einfache Steinchen, um sich das Ganze anzugucken. Es ist komplett in Englisch. Also man sollte Englisch beherrschen, um es zu verstehen. Jo, das ist die ganze Geschichte dabei.